Willkommen zurück zu Hellblade Senua's Sacrifice. Wir haben alle vier Prüfungen erfolgreich bestanden. Jetzt machen wir uns auf den Weg und schauen, ob wir das Schwert aus dem Baum ziehen können, ob es diesmal klappt. Die Wälder ist tainted von den Gästen der Dunkelheit. Es ist ein Kremik. No. Er hat es hier. Er möchte ich es nehmen. Du wirst ein Preis für das. Aber Jahre später, mit Zinbel's Worten noch zu Hause, die Dunkelheit zurückgekehrt, mit der Vengeance. Plague. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Do you see it clearly now Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have blood on your eyes. They're coming for you now. They're coming. They're coming to get to you. No problem. We have the sword of the Götter. Yes! Ha ha ha. Oh, we have to focus here. Oh, we can't block without focus. 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 No problem. No problem. In the sea of corpses. The corpse waved through itself over the ones I loved. The ship broke up under them. The ship that had sailed from the land of shining fields. Their memorial stone is secret. Come not here in the sun. Come not with a sword. Come not crying over a naked corpse. Come not with disturbed mind. No problem. No problem. No problem. Oh god. She's lost. Thank you. She doesn't know where she's trying to get to. Is there any escape? Is there any escape? Hey, 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 hey. Wo sind wir denn jetzt? Do you hear the suffering, Senua? Does your precious gift of sight let you see the souls that rot here in this sea of corpses? Do you feel the blood running cold on your skin? Do you hear their endless cries? Do you smell their putrid wounds? They were once brothers, sisters, and loved ones. And look at what you have done to them. All because you were a coward because you bowed from your curse instead of facing it. When you turn your back on your father, Zinbo, you turn your back on the gods and let the darkness wreak havoc on your people. Why must they pay for your heresy? She's injured. Oh, hab ich Gänsehaut momentan. Das ist ja der Hammer. Oh. Ah. Die Musik dazu noch und der Kampf. Wahnsinn. Die Musik dazu noch und der Kampf. I'm not the one who dies. Aah! Ah! 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 Okay, hey, hey, hey. Wir nutzen mal Fokus. Dann können wir vielleicht ein paar Schläge mehr anbringen. Ich feiere das gerade so dermaßen. Wie viel kommen da noch? Ist ja der Hammer. Ja. Was ist das? Was für ein geiler Moment. Sie kauft für dich, Senoa. Geh zu ihr, antwortet ihr pittvolles Geil. Wow, ich bin so begeistert. Ich kann's nur nochmal sagen, tut mir leid, wenn ich so viel rede jetzt, aber mit der Musik und dem Kampf dann und dem ganzen Setting, der Hammer. Was für ein Geil. The world would have been spared this horror. It's not too late. She's calling for you. Why don't you join her? She can breathe. 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 Get out of here. The mirror focuses on the energy of the best of the bank. She's scared. She's scared. She's scared. Nobody can. Focus. Ah! Finish this! Oh Gott! Fight again! Spill that blood! The mirror, the mirror, the focus is built, it's built! Wie lange dauert das, bis der Fokus geladen ist? Oh, wow, wow, wow! You can do this. Focus. Look! Focus. They're coming in! End it. End it now. Nearly the end. You've finished it now. Surprising. They're winning. Oh! Oh Gott, jetzt sind ja noch zwei da. Okay. Okay. Jetzt hat er mich erwischt. Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf! Focus. Focus, now, focus! Finish this. Finish this! Finish it! Finish him! Repeat it! Feigling! Feigling! Komm her! Ich weiss nicht, warum der Fokus sich aufbaut. Fokus jetzt! Aber wieviel kommen hier noch? Das ist ja unglaublich! Au, 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 au! Rein, rein, rein! Da verkloppe ich ihn in den Steigen! Da verkloppe ich ihn in den Steigen! So, einer ist schon leicht lädiert jetzt. So, dann sind wir wieder mal zu zweit. Ich weiss nicht, ob ich hier weiterlaufen muss oder wie lange hier noch so Wellen kommen. Au, au, au! Ich bin in die Ecke gedrängt. Es ist noch nicht vorbei. Offenbar. Das war so klar. Das war so klar. Ich bin in den Steigen. Ich bin in den Steigen. Sein Hand ist da. Oh Gott, oh Gott. Wir haben schon lange nicht mehr geglockt. Wir laufen mal vorwärts hier. Ein Sprung am Griff, jawohl. Das ist ein Sprung am Griff, das ist ein Sprung am Griff. Jetzt muss ich Irgendwann auch mal Schüsse hier Das geht immer weiter Nein 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 Ich verstehe nicht, wie viele da noch kommen Steh auf, Mädchen Es ist nicht vorbei Es ist vorbei Das geht nicht, wie viel wird Okay, okay, jetzt sind wieder zwei, aber ein Schatten und ein Großer. Steh auf, steh auf. Ah, erst mal durchatmen, erst mal durchatmen. Unglaublich, unglaublich. Ich bin so geflasht. Eine Masse an Gegnern, denen wir uns stellen mussten. Aber wie episch war das denn jetzt hier? In der Hölle oder wo immer wir aktuell gerade sind. Puls von 180 mal wieder. Richtig, richtig gut. Wo sind wir hier? Das werden wir auf alle Fälle in der nächsten Folge rausfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.